Die Abgeschiedenheit des Vilgratentales, einer der ursprünglichsten Gegenden Osttirols, förderte den Erfindungsreichtum der Bauern. Aus wenigem viel zu machen, war eine Fähigkeit, die Talbewohner ihrer besonderen Situation wegen entwickeln mussten. Auch der Vater von Josef Schett gab, wie seine Vorfahren, das Wissen um die Verarbeitung bäuerlicher Produkte an seinen Sohn weiter. Die Basis des unternehmerischen Erfolges ist die Familie von Josef Schett. Seit der Gründung des Betriebes mit derzeit zehn Mitarbeitern werden auch die Frau und Töchter in die Arbeit eingebunden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017